So, komm her. Ist mir zu bekam. Oh, Alter. Nee, ich hab bis jetzt gut überlebt. Nein, ich nicht. Hä, was ist denn das? Antake! Sag mal, du kleiner Analritter. Da muss man arbeiten. Wenn der Kuchen redet, hat der Krümel Pose. Leute? Mit dabei sind heute... Bayerwald, Leute. Hallo. Der MG. Und... Guten Tag. Leute! Kommt schnell und teleportiert euch! Ach so, wir müssen teleportieren. Ach so, sag das doch. Ja, scheiße, skippen. Aua. Ich auch. Ich auch. Okay, Distanzwaffen. Ja, Distanzwaffen, solange... Alter, du kriegst nur Schaden. Pass auf, ich denke mal... Oh Gott, weg da! Wow. Das ist ein richtiger Endboss. Ja, das ist ein End-End. Nach der Spinne. Ich seh nicht mal den Lebensbalken. Doch, die ist oben drüber. Wo ist er denn hin? Da ist er. Und hier immer durchzulaufen. Boah. Ja, da ist er. Kleine, fiese Arsch. Dieses kleine, fiese Arsch. Kleine, anale, bitte. Oh, komm, ey. Wirklich. Das wird ein... Wirklich. Schade, das ist doch... Das fand ich jetzt auch ein bisschen blöd, hier. Können wir erstmal uns darauf einigen, dass wir das kleine Vieh hier wegmachen, was hier rumfliegt? Ja, mach halt. Alter, ich seh's gerade. Ach, halt. Da kommt noch mehr. Da kommt noch mehr. Jetzt kommt er von der anderen Seite. Scheiße. Ich bin tot. Äh, ist super. So, ich muss mich mal kurz heilen. Ich verstehe gar nicht. Ich bin ne Wolke, ne? Ich bin ne Wolke und krieg Damage. Alter. Wo sind die kleinen Dinge? Fertigmachen oder was? Nee, wir sind doch auch dabei. Bei, ja. Es redet nicht so, wie dass man wir nichts machen. Ich lebe ja. Ich bin gleich tot. Noch. Noch. Wohlgemerkt. Noch. Ich will ja nichts sagen, aber die kleinen Scheißviecher, die werden immer mehr hier. Ich seh keine kleinen Scheißviecher. Ach, hier sind sie. Die sind so halb durchsichtig oder fast komplett durchsichtig. Okay, ich bin tot. Hallo, Frosch. Alter, das gibt es nicht. Ich kann so nicht kämpfen, Alter, auf Herrenkampf. Ich hab nichts auf Herrenkampf. Alter. Ich bin schon wieder tot. Eier, es gibt's auch gar nicht. Was ist denn da? Ich werd hier gestrahlt. Sank gestrahlt. Ich nehm jetzt mein Schwert, Alter. Scheiß auf diese scheiß Granada da. Au. Ich bin gehauen. Nee, ich hab bis jetzt gut überlebt. Oh, ich nicht. Hä, was ist denn das? Was ist denn das, Junge? Ah, jetzt bin ich tot. Ja, die Geister sind so halb durchsichtig. Die siehst du kaum. Nee, ich seh die ja, aber ich kann die nicht treffen. Leck mich doch am Arsch. Ja, ich bin tot. Ach komm. Scheißspiel. Scheißspiel. Ja, das ist ein bisschen blöd. Bayern, noch am Leben. Ja, du natürlich mit deinem höchsten Level hier. Ah, wie Sport. Wo schießt denn mein Vieh das ganze Zeit hin, ey? Ja, der Taubvieh ist bald tot, im Übrigen. Boah, ich bin schon wieder weg. Wie schnell ist denn das bitte gegangen? Ja, wenn das dicke Ding auf dich geht, dann ist eh vorbei. Ich hatte einen vollen Lebensbalken und wups, weg war er. Das war voll behindert. Ja, Kalele. So, komm. Respawn. Bin wieder da. Ich bin respawned tot. Au, jetzt bin ich auch mal gestorben. Wow. Oh, ich hab ein Vieh platt gemacht. Boah, das gibt's ja nicht. Wo willst du denn bitte schön angreifen, dieses Drecksvieh? Wo willst du das angreifen? Im Nahkampf. Bin grad dabei, ich mach's jetzt kalt. Ich mach's jetzt kalt, Alter. Ich mach's jetzt kalt, ist's down. Ich hab's kalt gemacht. Level up. Boah. Haben wir's jetzt down. Apokalypse. Jo, hab ich auch. Ich hab's kalt gemacht, dieses Drecksvieh. Ich hab kein Level up. Sauber. So. Der Vampir 3 hab ich gekriegt. Die Eichel. Der 4. Der hat sich gut an 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 der 4. Medizintasche. Unbegrenzt oft verwendbar. Stell 300 Lebenspunkte wieder her. Wieso ist die für'n Arsch? Weil die für'n Arsch ist. Neu erreiche die Erde der Welt. Schaden gegen Gegner mit Lebensenergie. Erzeugt Geschwindigkeit für 5 Sekunden nach Todesstoß. Ey, das ist geil. Das hab ich. Macht nicht keiner. Wo ist die Richtung? So ist die blöd. Ach, ich sollte mir hier nochmal 2-3 Tränke kaufen. Für, äh, äh, statt, statt die Ding nehm ich's jetzt rein. Die, äh, 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 Bomben. Mein Charakter sieht ja jetzt cool aus. Ey, guck mal. Warte mal. Wo bist du? Guck dir das Kostüm her. Ach, hast du auch ein Kostüm bekommen jetzt? Ich hab auch ein Kostüm bekommen. Ganz genau. Ich hab meins jetzt wieder grün eingefärbt. Kampfstein der Mutat... Äh, ja. Kann ich nochmal meine Waffe transmutieren. Ist ja auch noch so ne... ...möglichkeit. Transmutieren kann ich hier nochmal. Ja. Ja, alle rennen zum Transmutationstisch. Ups. Wie du einfach keine Tränke mehr kriegst. Ich hätt gern noch ein paar von meinen Adrenalin-Injections. Oh, okay. Sonst nehm ich ein destilierten Wahnsinn. Hat das jetzt irgendwas erhöht? Hä, die Irene, die alte Schlampe, will mit mir ins Bett. Was? Ja, hier, die Irene hier. Die da. Die Bitch hier. Ist ganz scharf auf mich. Ich kann nicht transmutieren. Die blöde Königin steht auch bloß im Weg. Ich kann nicht transmutieren. Ja. Ich kann den Stein auch nicht hier nehmen. Du musst die Klamotten oben reinlegen. Ähm. Die Klamotten ausziehen und oben reinlegen. Inventar. Inventar, 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 Inventar. Ganz rechts wo der Hut ist und das ziehst du rüber und dann kannst du deine Steine dazu reinlegen. Kein gültiges Rezept. Ne, kann man trotzdem. Ist ja blöd. Ist ja blöd. Ist da kein gültiges Rezept. Auch egal. F. Kordi. Wo müssen wir hin? Königliche Kryptolation. Na, Moment. Um die göttliche Eigenschaft einer Karte zu verbessern. Was? Einer Karte zu verbessern. Äh. Wir müssen über die königliche Krypta rein und dann zu diesen göttlichen Welten. Ich muss zum Herz des Frosts. Immer noch. Hat man doch schon gehabt. Ja, aber ich muss da jetzt hin. Jetzt auf einmal. Vorhin hat es doch gepasst. Ha. Arschloch-Account. Äh. Können wir dann nochmal kurz dahin? Ja, Peine. Dann gehen wir halt nochmal kurz dahin. Bist du da hingegangen, Bayer? Ich komm gerade. Wo ist das? Äh. Wo ist denn das Ding? Irgendwo oben? Herz des Frosts oben, ja. So ein Scheiß. Ach, hier. Herz des Frosts. Ich seh's gerade. Ich komm mal mit. So. Ja. Dann machen wir zwei das. Die anderen beiden können ja schon mal... Keine Ahnung. Ja. Unter anderem. Ich bin hier gleich soweit. So. So. Ich wurde hier mal schön zurückgesetzt. Ist ja nett. Alter. So ein Eishagel hier. Alter. Wieso werde ich hier mal hochgehoben? Wo seid ihr jetzt hin? Grabstätte der Verdammten oder wo seid ihr hin? Nein, äh, ins Herz nochmal. Das Herz des Eises. Ganz oben. Ja. Wo die Hüte sind. Wo wir eigentlich von vorhin hergekommen sind. Auf einmal braue ich jetzt das Ding wieder. Äh, vielleicht bei mir das Spiel abgeschmiert ist. Ganz fein. Ja. Wo ist denn das ganz oben? Ja. Siehst du nicht, wo mal wir drin sind? Nö. Das müssen wir noch sehen. Klar sieht man das. So, komm, geht down, du Vieh. Ich hab ne Trumpfkarte bekommen. Ja, da sieht man noch, wo die drin sind. Ganz oben. Geh einfach ganz oben. Ich komm auch. Äh, Wumms. Komm, geht down, kritisch. Noch nie habe ich einen derart unnatürlichen Ort beteilten. Ich habe die Schwaner ans Ersetzen und Verfall gewöhnt. Das geht doch. Da müssen wir ja glaube ich nochmal gehen. Ach ne, müssen wir nicht kämpfen. Du hast mich gespuckt, die Schlampe. Ich bin auf dem Weg. Da unten ist alle irgendwas. So. Ne, da kommen wir nicht hin. So, Natze ist auch schon hier. Wo geht's denn hin? Nach oben, oder? Hier geht's hoch. Alter, wird hier einfach von der Luft geschleudert, ey? Ja, das ging mir vorhin auch so. Boah, ich werd hier einfach mal angeschrien. So, erstmal die Skelette wegmachen. Schon wieder dunkler Nebel, ey. Geht hier schon langsam auf den Sack der Nebel, ne? Achso, hier ist ja einer, ey. Da ist ja einer. Lovius rennt natürlich wieder vor. Nix neu. Nee, nicht wirklich. Mann! Das sei für CJ's every year. Ich mach richtig wenig Damage, Alter. Mach mal allein hier den Boss fertig. Ja, mach mal. Wenn du meinst, was du schaffst. Ja, wenn er meint. Ja, dann soll er eben. Hier ist noch ne Kugel im Übrigen. Die gleich mal weg ist. Seitdem Lobius da ist, mach ich keinen Kill mehr. Ja. Das ist der Wahnsinn. Das ist halt ein Killstealer. Soll er sich an mir liegen schon wieder? Da kann auch... Die sind das Vieh weggeflogen. Ja, da haben wir gut reingebashed. Alter, wie ich keine Kills bekomm. Was ich weiß. Level up. EZ. Was ist das? Oh. Ah, nee. Hier hinter müssen wir. Da muss doch immer ne Kiste sein. Oder? Wo müssen wir denn hin? Was hast du für ne Rüstung gekauft, Bayer? Ich muss mal gucken. Hier geht's. Hier geht's hinter. Und da ist mit Sicherheit ne Kiste hinten. Mit Sicherheit? Ja, ich hab ne Kiste. Sauber. Und ne Sense. Und jede Menge Kohle. Bayer, was hast denn du geholt? Was? Boah, Stärke. Mit Stufe 25. Welches Kostüm? Ich hab mir, glaub ich, das ganz Rechte. Das Abenteurer ist. Das Kostüm der Vorhaut. Vorhaut. Das ist ein Kiss. Okay. Das ist Dreck-Sensen. Weil dann muss ich sagen, Leute. Ich hab jetzt auch ein anderes. Und ich seh fresh aus. Scheiße. Siehst aus wie ne Pommes oder was? Ja. Aua. Mein Gott, Mädels. Schaff dir das nicht, den Typen hier zu killen. So geht's aus. Der ist doch schon weg. Was hast du denn? Junge. Nein. Der ist so in den Aufstand hier. Schieb halt nicht immer so einen Stress hier. Du machst hier die große Welle. Schieb mal raus hier. Ey, bin ich grad eingefroren. Und das denn? Ja. Du bist halt ein ganz cooler. Ach, leck mich doch immer. Oh, komm. Ich werd grad weggemacht. Habe ich wieder den Lebensbalken ein bisschen aus den Augen verloren. Schon ein ganz kleines Grüßchen. Hol dir, Herr Schieß. Ja, ich bin gleich wieder da. Drei, zwei, eins. Und respawn. Ich hab keine Heiltränke mehr. Nein, wieso sterbe ich jetzt? Ja, weil du keine Heiltränke mehr hast? Nee. Ich lauf grad weg. Erstmal wieder ausrüsten die Heiltränke. Halte die Scheiße. Boah. Dann kommt hier wirklich ein Scharfschütze raus. Leute, wisst ihr was ich jetzt tue? Sterben? Nee. Noviat. Wieso krieg ich eigentlich die Heiltränke permanent Scharf? Hm. Keine Ahnung. Vielleicht liegt's an deinem Charakter. Ja, ist klar. Na, wie ihr einfach keine Kills habt, oder? Ne, blablab. Ne, blablab. Jetzt steht bei mir wieder Rede mit Zabromir. Ich natsch, dich sieht genauso aus wie ich. Ja, das war eure vorherige Mission. Dann kann ich gar nicht mal raus. Es nervt mich aber, dass das irgendwie nicht zwischengespeichert wird. Das dann einfach weg ist. Händlerviertel oder was? Oder wohin? Ja, vom Händlerviertel aus müssen wir, können wir glaube ich direkt irgendwie da wieder in die Stadt rein. Oder wir suchen uns Gegner und sterben einfach. Oder so. Ich hab mir hier mal nen Haufen gesucht. Ich glaube, ich bin gleich down. Es sei denn, wir bekämpfen die. Komm, ey. Die bekämpfen die einfach. Okay, wieso nicht? Dann sagt aber mal auch was. Machen wir doch immer. Also ich bekämpfe die so lange, bis ich sterbe. 1300, 1600 Scharbe. Ich hab nen Kaninchenfoten Glücksbringer gekriegt. Was soll ich den Namen heften? Haha, die an die Nase heften. Ich bin gleich tot. Ja, 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 ja. Ey guck mal wie die dancen, die tanzen Gundam Style. Das bin ich, Gundam Style. Gundam Style. Äh, Gangbang Style. Oh, ich bin Level Up. Was könnte mit meinem. Ich kann mal Chief Might bekommen irgendwas mit einem goldenen Stilett. Boah, welche Rüstung nehme ich denn? Ach, das ist Lobios hier. Also zurück zum Schloss. Ich bin im Schloss. Ich nehme die. Da. Neue Rüstung. Scheiß drauf. Ich habe auf Lebensenergie geguckt. Schlage Monster. 18 von 20. Ohne Tränke. Waren noch ein paar Viecher. Da sind sie. Juuu. Schon wieder. Okay. Gibt's denn hier? Ne, das ist eine vernichtende Schrotflinte. Alter und dann verpisst sich der Wichser. Wichser. So, geht rauf hier. Da, spür mein Stahlschwein. Da, immer drauf hier. Eine eiskalte Klinge. Eine eiskalte Klinge. Eine eiskalte Klinge. Lobios, du schon tot? Äh, hinter uns. Ich bin schon längst in der, hab ich gesagt, im Schloss. Und vor uns. Ja komm, frisst das. Vor uns ist auch was. So ist ja nicht. Brutalität. Boah. 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 So komm, geh rauf, du blöde Flattervieh. So. Oh. Ein gelbes Schwert. Äh, wieder so einen ganz normalen, stinknormalen Dunkelpakt. Was hab ich denn da gerade eingesampelt? Ich muss mal eben was gucken. Oh, ne gelbe Waffe. Vernichtender Rapier. Ich hab ne Zeitblase bekommen. Was ne Zeitblase? Ne Zeitblase. Was? Na, Insider. Also ich steh jetzt hier AFK rum. Ja, dann mach mal. Gut Leute, schaut bei den anderen. Wir verrecken halt nicht. Schaut bei den anderen. Ich lass nicht gehen. Das ist ja grad irgendwie das Gute. Boah. Hat hier Viecher rumstehen, ohne Witz. Ach, ihr seid da noch dabei. Ja. Ein bisschen Level, wieso nicht? Ich will mal ne neue legendäre Sense mal ausprobieren. Hast du auch nicht? Willst du endlich eine? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ist der Sense, Mann. Hier ist ne Sackgasse im Übrigen. Die sieht voll übel aus. Neutralisation war aber vorhin schon mal. Oh. Oh. Ich natt's nicht. Geh's ein bisschen zu hier. Wo ist hier zugegangen? Ich seh nix. Äh, ich auch nicht mehr. Hat sich aufgelöst in nichts. Da hinten ging's irgendwie. Achso, ne. Das ist die andere Richtung. Doch, da hinten geht's nach hinten. Ah, ich hab hier nen Pfeil. Guck mal. Oder? Karte ging's. Ja, ich hab auch nen Pfeil. Einen blauen. Ich hab nen gelben. Ah, da ist nur die Kiste. Oder nen braunen Pfeil eher so. Da hab ich nen schwindlichen Drecksmörser. Oh shit. Hey, komm schon. Gut, dass ich hier gerade mal schön critter. Ich hab so ne scheiß Karte Stufe 1 gekriegt. Ja, das ist auch immer nice, wenn man eine Karte Stufe 1 kriegt. Und das in unserem Level mittlerweile. Ja, ich steh erst mal im Strahl. Erstmal alle einfrieren hier. Bayer tötet alle. Das ist der Wahnsinn. Ich brauch noch nicht mal nen Trank dafür. Ich verliere so gut wie gar kein Leben. Das ist das Perverse. Achso, wenn's der crit ist, dann kriegste oder wie? So, der ist gleich weg. Weg ist er. Wert des außergewöhnlichen Glücks. Oh, was war denn das jetzt? Warte mal, wo geht's denn hier hin? Wo denn? Na reichlich. Nö, nö, nö. Ich hab hier was gehört. Natsa hat hier Stress angeheuert. Und Natsa hat hier noch kein Stress hier. Nö, ich doch nicht. Der kleine Spastel oder was? Wir haben doch nix. Nö. Also rennen wir jetzt alle drei mit der Sense rum. Ja, aber ich glaub, ihr habt nicht die Sense, die ich habe. Nee, natürlich nicht. Natürlich habt ihr die bessere. Ich hab ja nur ne gelbe, ihr ne lila ne. Was hast du für eine Nazeman? Äh, wie kann ich dir die zeigen? Ja, gleich halt mal. Achso. Mg war das. Renn schon wieder voraus. Ja, ich will auch irgendwann mal zum Schluss nicht, dass sich hier Lobius zu sehr langweilt. Ja. Ach, ich mach grad die nächste Mission. Alles gut. Achso. Wenn's mehr nicht ist. So, ich bin down. Und ich bin wieder bei 3.000 Schaden, 3.400, 3.700, 4.000. Ich find einfach, wie lustig das ist, wenn man alleine das macht. Das ist voll easy. Das ist easy going. Das schafft ihr, keine Ahnung, alles. Ja, da ist es auch leichter. Es ist klar, wenn man zu viert spielt, dann muss auch die Gegnerstärke angepasst werden. Ich hab schon wieder ne Blase. Ist doch irgendwo klar, oder? Ja, ich weiß. So. Ich wär im Schloss und Lobius ist jetzt weiter gegangen. Das ist super. Ihr könnt ja kommen. Ich warte hier. Ja. Ja, trotzdem. Ist blöd, wenn wir so auseinander... Lass uns mal sterben. Lass uns mal irgendwelche Gegner suchen. Lass uns mal sterben. Lass uns mal sterben. Lass uns mal sterben gehen, komm. Lass uns mal sterben gehen, komm. Jetzt hat das doch mal vorher unser guter Bayerwald. Wir sind eigentlich auch schon am folgenden Ende gekommen. Stimmt. Ja, dann machen wir das auch. Äh, wir bedanken uns fürs Zusehen. Wir versuchen den Anschluss zu Lobius zu bünden. Und sagen, ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Tschüss.